Servus Leute, was geht? Kelvin von CheckNotizen am Start. Heute mit einer neuen Karrierefolge. Wir brauchen noch das Triple. Es ist der letzte Anlauf. Es gibt keinen weiteren Anlauf. Wir gehen auch direkt ohne Reden rein. Es muss jetzt einfach klappen. Es gibt keine anderen Möglichkeiten mehr. Die Spieler dürfen alle gehen, die wir nicht brauchen. Leonard Braun. War schön mit dir. Transferangebot für Leonard Meier. Nehmen wir an. Braun verkauft. Soria verkauft. Super. Gegen Borussia Dortmund. Wir machen die klassische Schnellsimulation. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit hier vom neuen FIFA. Und ein 2 zu 2. Becker mit Rot in der 15. Das kannst du doch niemand erzählen, ey. So, Champions League. Auch den müssen wir, auch die müssen wir ja gewinnen. Mit unserer aktuellen Leistung wird das auf jeden Fall nix. Aber Stillstand bei Transspiel gesperrt. Ein Spiel zumindest das. So, Pressekonferenz braucht man nicht. Hier ist Becker nicht gesperrt. Schormeni immer noch minus 2. Weiß auch nicht, wann der Bre endlich mal Lust hat. 2 zu 0. Hier, Doppelpack Erblein. So stelle ich mir das nämlich vor. Boah, Erbleinovic, Junge. Transferangebot für Erling Haaland, Junge. Ich meine, wir haben uns ja Mbappé gekauft, um den guten Haaland abzugeben. Was haben wir denn? 236 und 224. Dann verkaufen wir den doch an Atletico. So, machen wir 276 Millionen hier. 266. Machen wir 274 Millionen. So, ist in Ordnung. 274 Millionen. Dafür darf er gehen. Alles für die Ziele. Wir sind wieder super im grünen Bereich. Und der Mann wird bei uns nicht mehr spielen. So, Becker ist gesperrt. Das bedeutet, Musiala wird spielen. Dann darf Lopez mit auf die Bench. Der gute Spiel Florian Wirtz. Warum spielt eigentlich Rovella nicht? Rovella darf auch spielen. Schnelle Simulation. Und auch hier gewinnen wir jetzt mal wieder in der Liga. Wichtiger 2 zu 0 Erfolg. So will ich das sehen, meine Freunde. So, wir gehen jetzt hier mal rein, weil Rovella soll nämlich Stamm spielen. So, was haben wir denn jetzt hier Neues? Sperre abgelaufen. Bellingham. Ist doch wieder alles gut, Junge. Du bist doch jetzt hier der beste ZM nach dem Abgang. Beruhig dich wieder. Transferangebot für Brito. Annehmen. So. Eulogio Brito zu Sivaspor. Wie er folgt ihr da auf jeden Fall? Gegen Hertha BSC. Da gibt's keine Ausreden. Da gibt's nur einen Sieg. 4-1. Eblein, Doppelpack Amin und Doppelpack Eblein. So wollen wir das sehen, Männer. Genau so. In dem Fahrwasser bleiben wir bitte. Was haben wir wieder für Nachrichten? Brito verkauft. Wie viel Geld haben wir da jetzt mittlerweile eigentlich? 864 Millionen. Hat doch was. Erling Haaland. Ich wünsche dir was. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist nur ein C. Wir hätten 312 Millionen kriegen können. Wurden wir mies über Tisch gezogen. So, Scouting-Update. Interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Ist das Geld von Haaland jetzt schon damit einberechnet gewesen? So, gegen Galatasaray. Auch hier, Jungs, wir gehen mit der Startelf aller Startelf rein. Rovella hat kein Minus mehr. Gecht auf 91 hoch. Sehr stabil. Und warum auch immer kassieren wir mit 62% Ballbesitz den Ausgleich in der 83. von Castellanos. In der Gruppenphase ist mir das noch egal. Da dürfen wir ab und zu einen Punkt abgeben. In der Bundesliga wiederhin nicht. Da sind wir nämlich nur Zweiter hinter dem VfL Wolfsburg. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall in Stuttgart gewinnen. Keine Ausreden. 2-0. Gar nichts auf Stuttgarter Seite. Kein Wechsel. Kein Tor. Kein Gelb. Da kann immer alles frei bleiben. Amin und Nusa. Die beiden Außenspieler. So, Transferangebot für Ribeiro, Junge. Transferangebot für Cook. 20 Millionen. Hi. Hi. Dürft ihr haben. Nee, dich wollen wir gar nicht. Wenn wir nicht mit dem quatschen, dann ist es doch auch schiefgehen. Aktion erforderlich. Ja, hier, komm. Dann holen wir den Spieler halt, bevor die jetzt rumheulen. Cook verlässt uns für 20 Millionen. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber auf die 8 Millionen, die bringen uns jetzt auch nichts mehr. Transferangebot für Rovella, Junge. Da blocken wir auf jeden Fall mal direkt. Wir können jetzt nicht auch noch unseren Zweitbesten ZM abgeben. Weiter geht es nämlich. Becker auf eine 96 hoch und Nusa auf eine 93 hoch. Sehr stramm. Wichtig in der letzten Saison. Und dann gewinnen wir nämlich auch 3-2. Nusa und Doppelpack Bellingham. Auch dreckige 3-2-Siege gegen Augsburg nehmen wir mit. So. Oh, da haben wir doch wieder zwei Spieler-Chats. Oder haben wir die doch nicht? Okay. Können wir nicht darauf antworten. So. Antwerpen. Die haben auch schon drei Punkte gesammelt. Dann müssen wir die jetzt auf jeden Fall mal wegklatschen, damit die gar nicht denken, hier geht irgendwas in der Gruppe. Oder wir spielen natürlich 2-2, weil wir wieder einen späten Ausgleich kassieren. Bellingham, Nusa auf jeden Fall gerade super in Form. Aber von Marquez haben wir noch kein einziges Tor gesehen. So. Doppelter Posteingang. Ich glaube, wir müssen hier einfach mal, zack, Position tauschen. Vielleicht läuft es dann. Weiter geht's. Armin auch mit einer 95, Junge. Ist es gestört. Und dann Nusa und Marquez. Da hat's direkt was gebracht, den Mann auf die rechte Stürmerposition zu setzen. Hat's direkt was gebracht. So. DFB-Pokal gegen Heidenheim. Da sind wir jetzt nämlich auch schon wieder angekommen in dem Spiel, wo wir nicht verlieren dürfen. Also ich gehe einfach mal das Riese kurz ein gegen Heidenheim mit einer schnellen Simulation, weil da darf auch gar nichts anbrennen. Und da brennt auch nichts an. Bellingham, Becker, Erblein. Nächste Runde. Check. Wichtig. So. Turnierpreisgeld nehmen wir natürlich auch mit. Wir sind wieder erster. Punktgleich mit Wolfsburg. Leverkusen und Bayern sind uns auch dicht auf den Fersen. Das heißt, wir machen einfach so weiter, wie wir aktuell spielen, Jungs. Und holen uns den nächsten Sieg bitte ran. Heim. 4-1. Musiala und Marquez, der netzt jetzt. Doppelpack. Und Erblein netzt auch. Das war das, weil die nicht auf der richtigen Position da vorne standen. Zucchiano. Heu leise. So. Jetzt gegen Antwerpen, Jungs. Also wir haben jetzt nur fünf Punkte nach drei Spielen. Warum ist denn jetzt Bellingham gesperrt? Dann kommt Chouamini zum Einsatz. Würz und das mit auf die Bench. Schnelle Simulation. Zeigt jetzt was. 3-1. Sieg hier. Marquez und Würz, der eingewechselt wird. Eine Minute, nachdem er auf dem Feld ist, in der ersten Minute für den Verein macht der Mann ein Tor. Florian. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen, Florian. Dafür haben wir dich gekauft. Für die Minute. Transfer-Angebot für Rovella. Ich habe den Bredoch geblockt. Angebot für Spieler, die um einen Wechsel gebeten haben, können nicht geblockt werden. Ablehnen. Warum hast du einen Wechsel gebeten, Rovella? Bin stolz auf dich, Udo. Chill jetzt ein bisschen. Gegen Wolfsburg. Spitzenspiel. Die müssen wir klatschen, Jungs. Da gibt es keine Ausreden. Rovella, du spielst doch Stamm. Sie ist Leben. Okay. Jungs, wegmachen jetzt. Und dann verlieren wir wieder so ein wichtiges Spiel. Ich kann es nicht glauben, ey. Was soll das nur werden, ey? Bellingham. Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Ja. Wie wäre es, wenn du einfach mal gewinnen würdest, Digga? Transfer-Angebot für Taylor-Noble. Taylor-Noble, ich wünsche dir was. Taylor-Noble geht zu Sheffield. Super. Wieder ein paar Melönen auf dem Konto. Jetzt geht es gegen Frankfurt-Jungs. Nach der Niederlage im letzten Spiel brauchen wir hier jetzt wieder ein Erfolgserlebnis. Erblein auf eine 97 hoch. Wir haben da vorne 96, 97, 98. Und deshalb gewinnen wir auch Mbappé, der nach einer Einwechslung hier mal netzt. Zack, Doppelpacker-Blein. Mbappé kommt zur Halbzeit für Marquez und macht auch noch eine Bode. Wichtig, dass die Spieler von der Bank aus der zweiten Reihe auch erfolgreich sind. So, ja. Gescaute Spieler geht mich auf den Sack. Da können wir eigentlich jetzt auch. Das geht mir hier. Wo ist denn das? Jugendstab. Ja, zurückrufen. 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 Wir brauchen euch jetzt hier an der Seitenlinie als in Mailand. Wichtig jetzt. Wichtig jetzt, Becker und Marquez. Wichtig jetzt. Ich möchte hier nämlich als Erster weiterkommen und nicht direkt das Ekligste loszuhaben. So, Scouts sind da und arbeitsbereit. Dann stellt euch jetzt bitte an die Außenlinie und supportet die Mannschaft. Transferangebot für Rovella, Junge. Was willst du denn? Was will ich denn mit Thüram ablehnen? Ich lasse dich nicht gehen, Rovella. Wird nicht passieren. Leipzig auch nur drei Punkte hinter uns. Hier auch super wichtiges Spiel. Donnarum auf eine 94 hoch. Auch wichtig. 3-3. Boah, wichtig, dass wir da zwar noch zwei Tore machen in der 77. und 84. Aber das ist doch zu wenig hier gerade in der Liga. Das ist doch zu wenig, was wir hier zeigen. Oh, DFB-Pokal. In Darmstadt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich sein soll. 3-0 im DFB-Pokal können wir, habe ich gehört. Können wir einfach das Ergebnis. Ja, sind wir weiter. Ja, so, Transferangebot für Hamza, Junge. Zack, ciao. Turnierpreis, Geld. Da haben wir doch schon jetzt angenommen. Werder Bremen. Sechs Punkte. Wir sind Erster mit 30. Aber das ist super eng da vorne. Da muss jetzt mal wieder hier ein Sieg ran. Und auch wenn es ein ekliger 2-1-Sieg ist durch Nusa und Bellingham, dann ist es halt ein ekliger 2-1-Sieg. Den nimmt man dann mit in der letzten Saison. Gibt keine Ausreden, diese Saison, Jungs. Es gibt keine. Jetzt hier. Gegen Galatasaray brauchen wir wieder einen Dreier. Auch hier gibt es keine Ausreden. Rovella auf eine 92 hoch. Super. Und es gibt wieder Ausreden. Was soll das wieder? Dieser Castellanos schon wieder mit dem Ausgleich in der letzten Minute, Mann. Jetzt ist doch safe Inter Schmeiland wieder an uns vorbeigezogen. Wie sieht es hier aus? Drei Punkte Vorsprung. Auf Bayern und Leverkusen. Jetzt erst mal Mainz besiegen. Thema Mainz. VfB hat Reins gewonnen. Echt. Ich habe ein Video darüber gemacht. Zieht es euch rein, Jungs. Alle VfB-Fans. Unbedingt anschauen. So, Hamza verkauft. Ah, auch nochmal Turnierpreisgeld. Zack. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ach, das kommt erst nächste Saison drauf. Perfekt. So, gegen Mainz, Jungs. Gibt keine Ausreden. Wie sieht es eigentlich mit unserem Innenverteidiger-Backup aus? Da haben wir nur noch diesen De Vries und Ugo Chivuku, ne? Hm. Muss ich alle auf eine 93 hoch. Ist auch stramm. Wegmachen, Jungs. Fünferkette. Kenne ich nix. Drei zu zwei. Nach der roten Karte von Tauer. Wichtig. Marquez, Nusa und Erblein. Der Sturm trifft wieder. Weiter so. Oh, gegen Bayern. Gegen die Bauern. Das wird wieder eng werden. Fünf Punkte haben wir Vorsprung. Macht neun draus, Jungs. Macht neun Punkte daraus. Können Gächter und De Ligt eigentlich auch mal steigen hier mit ihrer 91? Ne, das sind Schwachpunkte bei uns. Und wir holen die neun Punkte Vorsprung. Oder acht Punkte. Erblein, Nusa und Erblein, Junge. So will ich das sehen. So. Marquez in Glanzform, Junge. Da sehe ich dich nämlich auch, Marquez. In Glanzform. Gegen Freiburg. Netzt du jetzt nämlich. Da kennst du nix. Da netzt du jetzt einfach. Einfach rein. Doppelpack, Marquez. Oder Doppelpack, Geblein und Sadek verschießen Elfmeter und deshalb gewinnen wir 2 zu 1. Auch mal sowas mitnehmen. Auch mal sowas mitnehmen. Wichtig. Episode läuft aktuell. Hier. Fünf Punkte Vorsprung jetzt auf Leverkusen. Sechs auf Bayern. Jugendspieler will weg. Dann geh doch. So. Erling. Da verlässt du uns jetzt also. Du warst der Wirt. Da dürfen jetzt die ganzen Spieler uns verlassen. Jetzt mal gucken, ob wir über eine Milliarde haben. Ha 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 ha. Reich sind wir. Reich. Ich bin reich. Und ich scheiß auf alle. Hier. 1,6. 1,8 Milliarden. Einnahmen. 10 Mio. Trikotverkäufe. So ein Ding ist es nämlich. Jugendspieler löst Vertrag auf. Ja, Bruder. Interessiert niemand. Brauchen keine Jugendspieler mehr. So. Der nächste Spieler verlässt uns. Leonard Meier. Transferangebot für Rovella. Rovella, Junge. Du spielst doch Stamm. Was willst du denn, Junge? Bis auf 92 hochgegangen. Petry. Mein Junge. Wir kennen uns doch. Sag es so, wie es ist. Ist mir scheißegal. Wir bieten hier 300 Millionen. Und die nehmen das an. Wir haben das Geld. Wir brauchen nämlich den Petry wieder. Hier. Setz dich ran. Wir kennen uns doch. Wichtig. Genau. Super. Mal so ein Drei-Jahres-Vertrag. Aufentspannt. Freigabesumme gibt es nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Da kannst du machen, was du willst. Jetzt, guck mal hier. Zack. Gehalt. 700.000. Einstieg. 6 Millionen. Ist ein faires Angebot. Komm ran, Junge. Komm ran. Da ist er jetzt nämlich wieder. Da ist er wieder, der Petry. So. Rückholaktion. Hat Menyo ein bisschen Plus gemacht. Ist mir egal. 216 Millionen hätten wir auch holen können. Ist mir egal. So. Team Management. Wo bist du? Petry. Komm ran. Schuermeni. Würz. Tut mir echt leid, Jungs. Das war es aber wieder mit euch. Ihr seid wieder auf die Reservebank. Verdonnert. Weil Petry ist wieder back am Start. So, meine Friends. Das soll es gewesen sein für die heutige Episode. Mit Petry gegen Leipzig. Starten wir ins nächste Spiel rein in der nächsten Episode. 300 Millionen. Da jongliert der Mann ein bisschen rum hier. Haben wir einfach auf den Tisch gekriegt. Haben wir gesagt. Haben wir übrig. Nimm. Kauft euch, wen ihr wollt. Hauptsache keinen von uns, bitte. Damit bin ich raus. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Bababam.